Märkte sind, wie wir alle wissen, mit Risiken verbunden. Die Aktienkurse steigen und fallen, die Währungen bewegen sich und politische Ereignisse erzeugen Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen. Wäre es also nicht von großem Vorteil, mehr Stabilität und eine bessere Einschätzbarkeit für Investitionen zu haben, um Vermögen kontinuierlich aufzubauen und von der guten Entwicklung von erfolgreichen Unternehmen zu profitieren? Eine Entwicklung, auf die wir uns alle verlassen können? Ein stabiler Trend, ein Megatrend, die Demografie. Die Weltbevölkerung wächst weiter. Von heute 7,7 Milliarden wird sie bis 2050 9 Milliarden erreichen. Dieses Bevölkerungswachstum treibt das Wachstum der Unternehmen an. Eine größere, ältere und wohlhabende Weltbevölkerung hat eine größere Nachfrage nach vielen Arten von Gütern und Dienstleistungen. Wir leben länger. Unternehmen, die ältere Menschen in den Industrieländern medizinisch versorgen, verkaufen mehr Medikamente. Eine alternde Bevölkerung braucht Medikamente, Krankenhäuser und Pflegeheime, aber sie brauchen auch Urlaub und Konsumgüter, um einen längeren und erfüllteren Ruhestand zu genießen. Die Bevölkerung in den aufstrebenden Märkten wird immer wohlhabender und die Konsumgüterunternehmen in diesen Ländern steigern ihre Einnahmen. Neue Verbrauchermärkte in Entwicklungsländern sorgen sowohl bei globalen Verbrauchergiganten als auch bei lokalen Unternehmen für Umsatzwachstum. Die wachsende Weltbevölkerung braucht Nahrung, Wasser und Energie. Globale Unternehmen können diese Anforderungen durch Nutzung ihrer internationalen Expertise erfüllen. Lokale Unternehmen profitieren von expandierenden Märkten. Der Fidelity Funds Global Demographics Fund investiert in Unternehmen, die von diesen Trends profitieren. Unternehmen, die auf die steigende Nachfrage der wachsenden Bevölkerung reagieren, die die Nachfrage der wachsenden Mittelschicht decken, die die Bedürfnisse der alternden Gesellschaft abdecken. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die nach einer umfassenden Prüfung, die vom globalen Research Team unterstützt wird, speziell analysiert und ausgewählt werden. Natürlich ist ein Aktienfonds mit Risiken verbunden und der Wert von Anlagen kann fallen oder steigen, sodass sie möglicherweise weniger als den investierten Betrag zurückerhalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Erträge. Wie bei jeder Geldanlage sollten Sie dies mit Ihrem Finanzberater besprechen. Nutzen Sie die Kraft dieses langfristigen Trends. Die Kraft der Demografie. Fidelity Funds Global Demographics Fund. ас care. Untertitelung des ZDF, 2020